Musik Jo Leute, sieben hier am Start und willkommen zu einem neuen Black Clover Video und damit zu meiner Review von dem neuesten Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 306 und mit diesem Chapter bin ich wirklich, wirklich sprachlos gemacht worden. Das ist ja nicht mehr normal. Also wir bekommen ein separates Kapitel zu Xenon, zu seiner Backstory. Habe ich nicht erwartet. Finde ich sehr, sehr nice, dass Tabata sich hierzu entschieden hat, Xenon als eine der Dark Triade-Member einen besseren Einblick geben zu können. Er war definitiv derjenige von den dreien, der den wenigsten Charakter hatte. Er hatte ja eigentlich nur so eine Art Boss-Aura, aber nicht wirklich eine Tiefgründigkeit. Also zumindest von dem, was wir bisher bekommen haben. Deswegen finde ich dieses Chapter auch so grandios, weil es Xenon als Charakter vom kompletten Gegenteil zeigen kann. Also beim Lesen von diesem Kapitel habe ich gedacht, das ist ja ein ganz anderer Charakter, holy shit. Also von dem einen zum anderen Moment wirklich Spitzenklasse wie Tabata hier diese Backstory mit einbringen kann. Das muss ich dem Typen ehrlich lassen. Backstories kann der unnormal gut schreiben. Nozzle hat das gut gezeigt. Nacht hat das gut gezeigt. Jetzt haben wir hier mit einem Chapter eine Backstory zu Xenon, die ich voll und ganz abkaufe und die absolute Spitzenklasse ist. Holy shit. Wir gehen natürlich rein ins Kapitel. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Black Clover verpassen wollt. Und an dieser Stelle kann es losgehen mit dem Video und meiner babamäßigen, aber auch sehr, sehr grausamen und traurigen Review. Wir sind ja endlich beim Juno-Kampf angekommen. Das bedeutet, wir haben hier natürlich den nächsten Kampf bzw. den letzten Kampf der Dark Triade. Das Kapitel beginnt hier mit Juno, der seinen Schuss endlich fertiggestellt hat. Also er hat beim letzten Mal seinen One-Shot vorbereitet und tatsächlich geht das hier auch gut für ihn auf. Also er zielt auf Xenon. Mit diesem Angriff will er ihn definitiv endgültig ausschalten und er trifft ihn auch tatsächlich. Juno trifft Xenon direkt und schießt ihm ein Loch in die Brust. Man könnte sogar fast schon meinen, dass er zum Aranka wird oder so. Also Xenon fällt hier definitiv zurück. Ist sogar fast schon down, würde ich sagen. Juno ist einfach geisteskrank stark. Es ist nicht mehr normal. Und ich spare mir jetzt mal die Randbemerkung da diesbezüglich. Ihr wisst alle, was ich für eine Meinung zu Juno habe. Ich denke, damit stehe ich nicht alleine da. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll, wie der Typ einfach eine Form nach dem anderen pullt und dann die One-Shot spammt. Bis zum Gehtnichtmehr. Das ist wirklich geisteskrank. Blutspuckend und fassungslos vor Junos Angriff geht er langsam down, wobei hier das Ganze ein bisschen unterbrochen wird, denn wir gehen jetzt in den Flashback über. Wir sehen hier, dass Xenon der Jüngste der Sokrates-Geschwister ist, also von den dreien, die wir halt dementsprechend kennen, und mit seiner Familie im Spade-Königreich aufgewachsen ist. Allerdings gibt es hier eine kleine Änderung, denn Danto und Vanika sind nicht die einzigen Geschwister, die Xenon hat, sondern er hat noch einen älteren Bruder, der bisher noch gar nicht revealed wurde. Entweder ist es ein Charakter, den wir schon kennen oder schon mal in irgendeiner Art und Weise im Black Clover gesehen haben. Da lasse ich das jetzt frei in den Kommentaren offen, wer das sein könnte. Ja, könnt ihr gerne reinschreiben. Ich habe keine Ahnung. Auf der anderen Seite könnte das natürlich dann noch ein Charakter sein, der für später noch offen gehalten wird, also dass der halt noch später reinkommen wird als vierter der Dark Triade, als vierter Member oder so etwas. Damals haben wir noch davon gesprochen, dass Nacht möglicherweise zur Dark Triade gehört, so als Spion oder Doppelspion, Doppelagent mäßig. Und hier haben wir jetzt einen vierten Bruder. Könnte ja sein, dass nach Xenon noch ein vierter quasi in diesem Zirkel für dieses Ritual zustande kommt und der bisher einfach noch nie großartig gezeigt wurde. Hier in dem Flashback sehen wir also, es gibt einen, der anscheinend auch das meiste Wissen besitzen sollte, denn er redet auch von Teufeln. Er redet über Teufelbesessenheit, über Devil Hosts und so weiter. Also er hat anscheinend die größte Ahnung davon, beziehungsweise führt die anderen Geschwister so ein bisschen in diese Richtung. Der älteste Bruder teilt dann Xenon mit, dass er ihm am nächsten sein soll. Also Xenon hat das größte Potenzial aus der Familie sozusagen, weshalb es nicht schlimm ist, dass er noch schwach ist und immer verprügelt wird. Das sehen wir in dem Flashback unter anderem auch, dass Xenon hier zu dem Zeitpunkt, wo er noch ein Kind war, immer verprügelt, gehänselt, gemobbt wird und so weiter und nicht wirklich mit seiner Knochenmagie großartig etwas drauf hatte. Unter anderem wird er genau wegen dieser Magie, wegen der Knochenmagie gemobbt und verprügelt. Die anderen Kinder mögen ihn deshalb nicht. Allerdings kann ein besonderer Junge ihm hier zur Hilfe eilen und für ihn einstehen. Der Junge beschützt Xenon und die anderen Kinder ziehen sich zurück. Dieser Junge sieht seltsamerweise genau wie ein anderer Charakter aus der Serie aus und man merkt auf jeden Fall schon so die Richtung, die Tabata versucht mit diesem Flashback einzubringen. Also ich finde, das merkst du schon ultra krass. Der Junge heißt Alan und freundet sich mit Xenon an und er ist so ein bisschen dieses Spade-Gegenstück zu Asta, wobei Xenon eben dieses Gegenstück zu Juno darstellen soll. Vom Flashback oder von ihrer gemeinsamen Zeit her wird man gleich auch feststellen, okay, das ist halt übel, die Asta-Juno-Backstory. Dann eine kleine Randinformation zum Spade-Königreich an sich und zwar befindet sich dieses in ständigen Kriegen. Unter anderem werden sie auch vom Diamond-Königreich angegriffen. Also scheint wohl nicht eine friedliche Lage dort zu sein, in dem Flashback oder früher gewesen zu sein einfach, was man sich definitiv auch im Hinterkopf behalten sollte. Also möglicherweise ist das auch so ein Plot für Morris und so, weil der kommt ja aus dem Diamond-Königreich ursprünglich. Vielleicht zieht er die Fäden, vielleicht ist er der Strippenzieher hinter dem Ganzen. Da gehen ja die meisten von aus, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen deswegen. Also könnte gut sein, dass Morris hier der Drahtzieher, der Eisen 2.0 aus diesem gesamten Arc ist und alles in die Wege geleitet hat, damit das eine zum anderen führt. Mal gucken, ob das wirklich der Fall sein wird, aber ich denke, das mit dem Diamond-Königreich könnte hier noch ganz wichtig werden. Wir kommen dann auf das Ziel von den beiden zu sprechen, wie ich es gerade schon angesprochen habe, in Bezug auf Asta und Juno, die ja einen ähnlichen Traum verfolgen mit dem König der Magier, haben Ellen und Zenon hier das Ziel, Kommandant der magischen Verteidigungseinheit vom Spade-Königreich zu werden. Also das hat keinen besonderen Namen, quasi einfach solche Kommandanten, so ich würde das ungefähr gleichstellen wie solche Ordensanführer oder so etwas, ist jetzt vom Rang her nicht unbedingt das Gleiche wie ein König der Magier, würde ich sagen. Aber es geht ja hier um die Symbolik dahinter, beziehungsweise mehr ums Prinzip, als um den Rang dahinter schlussendlich. Die beiden streben also nach der gleichen Zukunft, sie sind jetzt Rivalen und ich weiß gar nicht, wie viele Rivalen noch in Black Clover gedroppt werden, also ich glaube, das ist das Wort, das am meisten geused wird in dem Manga, was aber natürlich nicht schlimm ist, nur als kleiner Funfact. Zenon lehnt dann die Angebote seines Bruders ab, was ich sehr interessant finde, denn anscheinend entfernt er sich so ein bisschen von den Einstellungen seiner Familie, weil er jetzt in Ellen eine andere Richtung, einen anderen Pfad für sein Leben gefunden hat und er beschließt, wie gesagt, seinen eigenen Weg zu gehen, den er jetzt für sich gefunden hat. Ellen und Zenon kommen dann schließlich nach Jahren, wenn sie dann auch ein bisschen älter sind und so weiter, in die vierte Einheit. Beide sind sehr stark geworden und sind auf einem guten Weg. Ihre Einheit bekommt dann sogar eine neue Mission und zwar ist das die Erkundung eines Dungeons, doch inmitten dieser Mission stellt sich heraus, dass in dem Dungeon ein Teufel versiegelt wurde, der alle Männer von ihrer Einheit auslöschen würde, wenn Zenon und Ellen diesen nicht aufhalten. Also wenn die den jetzt hier vor Ort nicht besiegen würden, dann würde das auch Chaos für das Königreich sein und so weiter und die ganzen Männer von der Einheit würden alle sterben. Ellen begibt sich dann auf direktem Weg zu dem Teufel, Allerdings ist sein Angriff nur eine Ablenkung, damit Zenon den Teufel selbst ausschalten kann, doch dabei würde er Ellen ebenfalls töten. Das heißt, er muss hier das geringere Übel in Anführungsstrichen abwägen können. Zenon tötet den Teufel und seinen Freund zugleich, um die anderen Mitglieder seiner Einheit sowie das Spadekönigreich zu beschützen. Ellen war jemand, der seine Freunde sowieso beschützen wollte. Er hatte Feuermagie, er wollte quasi mit seinem Feuer ein Zeichen der Hoffnung setzen. Er wollte, dass das Spadekönigreich aus dieser gefährlichen Situation herauskommt, dass diese ganzen Kriege und so weiter nicht mehr am Start sind. Er wollte einfach nur alle beschützen und deswegen ist er hier vorangeschritten und Zenon hat dann halt den Moment genutzt, um seine stärkste Attacke rauszufeuern, um eben einen direkten Treffer abzielen zu können. Was eine nice Referenz an den gegenwärtigen Kampf ist, wenn man mal drüber nachdenkt, weil Langeres im letzten Chapter genau dasselbe gemacht hat, was Ellen hier jetzt im Flashback getan hat. Also Langeres ist quasi vorausgegangen und war so ein bisschen die Ablenkung, war so ein bisschen das Schutzschild für Juno, damit Juno im Hintergrund die Attacke vorbereiten konnte, womit er schlussendlich Zenon ausschalten kann. Genau dasselbe passiert hier jetzt im Flashback, nur dass Zenon eben quasi der Juno-Verschnitt ist. Wie gesagt, die Referenzen sind absolut Killer, das muss ich Tabata wirklich lassen, also das ist wirklich nice gemacht. Wir erleben dann einen Mental Breakdown von Zenons Charakter, das heißt er bricht innerlich zusammen und weint natürlich, weil er seinen Kollegen verloren hat, seinen einzigen Freund, der ihn so richtig auf einen eigenen Pfad bringen konnte, weil ansonsten hat er immer nur von seinen Geschwistern irgendwas eingetrichtert bekommen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr grausame, eine sehr, sehr dramatische Vergangenheit für Zenon. Ich hätte das wirklich nicht erwartet. In diesem Zusammenbruch, in dieser Verzweiflung erkennt Zenon auch ein wenig, dass ohne wahre Stärke, die ihm hier gefehlt habe, die Gefühle eines Menschen, beziehungsweise die Ausdauer, seine Hartnäckigkeit bedeutungslos wäre. Und das ist der ursprüngliche Plan, zumindest ist das vermutlich auch eine Referenz darauf, der ursprüngliche Plan der Dark Triade, alle schwachen Menschen auszulöschen, weil das eben die Schwäche der Menschen ist. Wenn sie nicht stark genug sind, ist alles andere bedeutungslos und das erkennen wir anhand des Flashbacks von Zenon selber. Ich finde diese Backstory übernice, wirklich. Also das zeigt mir nur nochmal das Zenon von allen dreien von der Sokrates-Familie, mal abgesehen von dem vierten unbekannten Bruder, auf jeden Fall der Beste ist mit so einer Backstory. Das war er davor schon, wegen seiner gewissen Aura, kann man sagen. Aber jetzt mit diesem Flashback absolut Gott-Level, würde ich fast schon sagen. Also ich fand dieses Chapter mitunter eines der besten Kapitel, die wir bisher in diesem gesamten Arc bekommen haben, weil es meine Einstellung zu dem Charakter von Grund auf geändert hat. Es ist auch ein komplettes Gegenteil, was hier reingeschoben wird, weil Zenon vorher wirklich ein ganz anderes Bild abgegeben hat und jetzt mit dieser Backstory wir eine viel größere Einsicht in Zenon kriegen. Das ist wirklich, wirklich spektakulär, ohne Spaß. Und genau aufgrund dieser Tatsache, aufgrund seiner Verzweiflung, bittet er jetzt eben seinen Bruder wieder um Hilfe. Er soll ihn zu einem Teufelhost machen. Und ich denke, das ist der Moment, wo er von seinem richtigen Weg runterkommt und sich auf einen dunklen Pfad begibt. Und dieses Chapter zeigt auch so ein bisschen, was potenziell aus Juno werden könnte. Also das würde ich definitiv schon so sagen. Ich hoffe, dass Tabata jetzt mit dieser Backstory den Juno-Fad nicht komplett rauslässt. Ich könnte schon definitiv mir vorstellen, dass Juno auch das Potenzial hätte, irgendwann mal böse zu werden, in Verzweiflung reinzufallen und aus seinem 4-Blatt-Grimor wird ein 5-Blatt-Ding. Und dann wird er halt böse so mäßig, könnte ich mir gut vorstellen. Das Kapitel endet dann mit Zenon, der vor Juno und Langeres steht und an diese Zeit durch diesen Kampf eben erinnert wird und er jetzt sogar seinen Teufel um Hilfe bittet. Hier wird der Name von Zenons Teufel enthüllt und wie einige das schon vermutet haben, ist der Teufel von Zenon Beelzebub. Und der Typ ist natürlich nicht der Teufel aus dem Dungeon, weil der wurde ja von Zenon gekillt so mäßig, aber vermutlich ist das der Teufel, den der ältere Bruder von Zenon für ihn rangeholt hat. Und wie immer auch der jetzige Deal aussehen würde, Der Kampf hat gerade erst angefangen zwischen Juno und Langeres und Zenon, der jetzt an diese Backstory wieder erinnert wurde. Wie gesagt, das Gesamtkonstrukt von dem Fight finde ich bisher sehr, sehr gut. Durch dieses Chapter gerade, gerade durch dieses Kapitel gefällt mir der Kampf jetzt viel mehr als vorher. Wirklich eine sehr gute Entscheidung von Tabata. Real Talk, Baba mäßig. Ich könnte mir an dieser Stelle auch vorstellen, dass das Ende von diesem Kampf in eine besondere Richtung geht. Und zwar haben wir ja mit diesem Kapitel gesehen, dass die Ursprünge von Zenon eigentlich gut sind. Er ist ja eigentlich kein schlechter oder wirklich böser Mensch. Er ist nur vom Weg abgekommen dadurch, dass ihm so etwas widerfahren ist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass gerade durch diesen Kampf von Juno und Langeres gegen Zenon, wo halt immer wieder Vergleiche oder Referenzen gezogen werden, dass am Ende Zenon durch Juno, also durch sein Gegenstück sozusagen, durch sein symbolisches Gegenstück wieder auf den richtigen Pfad gerückt wird. Aber nicht auf die Weise, und das muss ich so betonen, nicht auf die Weise, dass er irgendwie Nahkammer-Power-technisch dann die Seite wechselt, sondern dass Zenon hier tatsächlich am Ende stirbt oder sein Leben letztmäßig besiegt wird, aber in seinem letzten Gedanken wieder mental auf den richtigen Weg kommt durch Juno. Das würde ich sehr gut finden, gerade weil man, wie gesagt, eben diese Referenzen zieht, diese Vergleiche zieht und durch den Flashback auch zeigt, dass Juno eigentlich ähnlich zu ihm ist. Die beiden eine ähnliche Figur darstellen und auch eine ähnliche Vergangenheit mit der ähnlichen gleichen Richtung oder Zukunft geteilt haben. Und Zenon stellt potenziell das dar, was Juno in einer bösen Richtung zeigen würde. Also es ist eine Sache, die ich auf jeden Fall für möglich halte. Ich könnte mir das gut vorstellen. Ich halte Zenon, Vanneka und Dante nicht für Kandidaten, die in 50 Kapiteln auf einmal für die gute Seite kämpfen. Das ist nicht das, was ich haben wollen würde, sage ich ganz ehrlich, weil dafür sind Dinge passiert, die abgezogen haben, was du denen halt nicht verzeihen würdest so mäßig. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde halt zu sehr in Fairytale-Richtung gehen und das glaube ich nicht, dass Sabata das hier macht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wird Zenon beim nächsten Mal da rausholen? Geht er nächstes Kapitel in Union-Mode? Das wäre krass. Wenn er Union-Mode rausholt aus Beelzebub, einem der Clifford-Teufel, einer der untersten Ebene so mäßig, das wäre schon krass. Vor allem muss es auch ein bisschen reinkommen, dass Juno auf den Sack wieder bekommt. Würde ich übernice finden. Er kann diese Kämpfe nicht so easy peasy gewinnen. Wenn es einen Kritikpunkt gibt an diesen ganzen Dingen und ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, dann ist es aber Junos Power-Up. Und das ist halt einfach am Ende des Tages immer so gewesen, er wird von Mana geliebt und mir persönlich wird er ein bisschen zu sehr von Mana geliebt. Ich hoffe sehr, dass Zenon nächstes Mal eine Form raushaut, Union-Mode oder irgendwas anderes. Von mir aus 450% von Beelzebub, mir egal. Aber er soll den beiden anders Hardcore den Arsch aufreißen. Damit wäre es das von meiner Seite aus gewesen, zu diesem absolut krassen Kapitel, Real Talk. Ich würde 10 von 10 sagen, lasst mir gerne eure Meinung zum Chap da unten in den Kommentaren da und eure Meinung zu Zenon jetzt nach diesem Kapitel natürlich. Damit wäre es das. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und... Ciao!